Mit Stolz hat Menschenwürde nichts zu tun. Und wir können auch nicht stolz darauf sein, Menschenwürde zu besitzen. Menschenwürde ist keine Eigenschaft, ist nichts, was einige Menschen von anderen unterscheidet. Wir verlieren die Würde nicht, wenn wir arm und perspektivlos sind, wenn wir Böses getan haben oder uns selbst nicht mehr mögen. Menschenwürde, so wie das Grundgesetz sie versteht, ist der Gegenstand eines Versprechens, das sich die deutschen Kraft verfassungsrechtlicher Fiktion 1949 gegeben haben. Es lautet, wir versprechen einander, in unserem gesamten Handeln unverbrüchlich davon auszugehen, dass wir alle nicht biologisch determinierte Objekte, sondern mit Vernunft begabt sind, also mit der Fähigkeit, selbstbestimmt einen Entwurf von uns zu machen und diesem Entwurf zu folgen. Daraus folgt das Gebot, einander immer zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel zu behandeln. Ob der Mensch wirklich in einem naturalistischen Sinne mit Vernunft begabt ist, also nicht durch seine Umwelt determiniert ist, können und brauchen Juristen nicht zu entscheiden. Wir können Menschenwürde als eine Selbstzuschreibung der Menschen verstehen, die im Kontext des Verfassungsrechts nicht den Anspruch hat, richtig, sondern wirksam zu sein. Die Menschenwürde als Norm bewährt sich, indem Artikel 1 Grundgesetz dazu beiträgt, ein im Äußeren friedliches und im Inneren reiches Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen. Die Norm bleibt langfristig gewiss nicht unbeeinflusst von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, aber sie kann nicht einfach durch diese widerlegt werden. In einer Rechtsordnung, die die Menschenwürde an die Spitze stellt, steht der Wille jedes Menschen für sich. Er ist um seiner Selbstwillen zu schützen, bedarf keiner Rechtfertigung und ist der höchste und einzige Zweck des Kollektivs. Wenn das Grundgesetz die Garantie der Menschenwürde an die Spitze stellt, dann ja gerade deshalb, weil 1949 in frischer Erinnerung war, wie die Menschenwürde im Nationalsozialismus mit Füßen getreten wurde. Die Grundentscheidung, Staat und Recht nicht vom Volk, sondern vom Einzelnen her zu denken, strahlt auf die gesamte Rechtsordnung aus. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, zu glauben, dass dem Einzelnen deshalb keine Schranken gesetzt werden dürften. Keineswegs ist jeder Eingriff in die individuelle Freiheit immer zugleich eine Verletzung der Menschenwürde. Der Mensch bleibt auf die Gemeinschaft angewiesen, um die Menschenwürde effektiv zu bewahren. Artikel 1 Grundgesetz ist unmittelbar geltendes Recht. Immer wieder hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschrift dazu eingesetzt, anderen Verfassungsorganen Grenzen zu setzen. Aus der Menschenwürde soll sich beispielsweise ergeben, dass ein Passagierflugzeug auch dann nicht von der Bundeswehr abgeschossen werden darf, wenn Terroristen das Cockpit übernommen haben und das Flugzeug in ein vollbesetztes Fußballstadion zu steuern drohen. Zu einem menschenwürdigen Leben soll auch eine Mindestausstattung mit finanziellen Mitteln gehören, die gerichtlich einklagbar ist. Solche Ableitungen füllen die Menschenwürde-Garantie mit Leben und holen sie aus dem Himmel der Abstraktion hinein ins wirkliche Leben. Mir wird es trotzdem manchmal scheinen, als werde die Menschenwürde damit kleiner gemacht, als sie eigentlich ist. Gerade weil wir sie als letzte unverfügbare Größe brauchen, sollten wir nicht zu oft mit ihr argumentieren. Das ist eine Art von der Menschenwürde-Garantie mit Leben.